Im Namen der Furcht, des Hassers und der Zerstörung schicke ich mich an, meinen Geist mit diesem königlichen Blut zu stärken. Geschmiedet in der Feuerglut der Hölle. Also, mein Herr, ihr denkt, ihr könntet meine Bestimmung verheiten? Verbannt aus den Augen der Menschheit, ist er jetzt über unsere Welt gekommen, um seine Macht zurückzufordern. Ich weiß, wer du bist und ich weiß, was dich herführt. Chuck Norris ist Chatter. Er ist dazu bestimmt, ein grauenerregendes Geheimnis zu lösen. Der Typ, der gestern Nacht an der Polanski-Street ermordet wurde, war ein Rabbi. Es liegen acht Leichen da drin. Acht Heilige, verstehst du? Sein Gegner ist kein irdisches Wesen. Dem Mythos zufolge wurde das Zepter in neun Teile gebrochen. Wer tötet auf diese Art? Das werden wir noch früh genug erfahren. Er muss sich dem furchterregendsten Feind stellen, dem er je begegnet ist. Das Zepter ist der Schlüssel zu den Toren der Hölle. Wer hat ihm das Herz bei lebendigem Leib aus der Brust gerissen? Was glaubst du, mit dem du es zu tun hast? Darf ich mich vorstellen? Willkommen in der Hölle. Jack Norris, hellbound.